So, moin leute und willkommen zu dem neuen Let's Play Ninja Flex. Diesmal versuche ich zu reden, auch wenn mein Mikro kaputt ist, wir versuchen es mal. Scheiß Werbung! Ja, das haben 10.000 Adblocker. Oh, auf jeden. Ja, man hat mir erzählt, dass Crisis, oh nice, die Fall ist, Crisis. Was ist denn Crisis? Man hat mir erzählt, dass Crisis, ah ja, im Urlaub ist, tut mir echt leid, Crisis, falls du wirklich nicht kommst. Ich habe keinen Bock später auszulosen, wir losen jetzt schon mal aus, falls du dich nicht meldest, damit wir nicht wieder 10.000 Tage warten müssen, 9 auslosen, Punkt, 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 ja. Ich muss zusammen einsetzen. No! Dann machen wir alles. Dann ziehen wir uns extra aus, also richtig nice. Ziehen wir uns mal aus. Ich habe immer noch Energie. Dann gehen wir ein bisschen mehr Kraft, Kondi, es geht alles. Alles, was es gibt. Das Geld behalten wir. Falls wir der 85 werden, blätter ich, nehme dich nochmal gleich ein bisschen. Mal gucken. Dann läuft er noch. Ich kann die Videos schauen. Wieso nicht, Alter? Voll. Relong. Geil. Der erste Gewinner war ja Krawall. Herzlichen Glückwunsch, er hat sich auch schon bei mir gemeldet. Der zweite Gewinner war Krise, aber wir wissen nicht, ob der kommt. Deswegen, ja, losen wir den gleich nochmal aus. Nachdem wir die Duelle verloren haben. Nö, das gewinne ich. Ich glaube, ich kann nicht mehr absteigen. Erstmal mit Eisbär. Eisbär, wenn du mich nicht... Nö, er wird mich nicht besiegen, ich versuche es zu erschaffen. Versuche es zu erschaffen. Ich versuche es zu erschaffen. Es ist ja kein Level. Eile. Eile. Den könnten wir sogar verlieren. Nein. Es ist doch eine Scheiße. Ja. Auf jeden Fall. Oh, da, ein 81er. Machst du es so weiter? Wie heißt der? Mertey. Mertey, wir greifen dich jetzt bis... Oh, nice, nice. Du wolltest wahrscheinlich auch... Ehre verlieren. Ja, daraus wird jetzt... Was ist das für eine Scheißkiller? Ich glaube, ich habe eine bessere Skilling als der. 81. Oh, dachte, der war 91. Ups, tut mir leid, Mertey. Jetzt kann ich mich nicht mehr angreifen. Dreimal ein Tatsch, ich weiß. Ja. Es wäre noch so ein Mug. Noch so ein Mug. Na, was mit dem? Mädchen. Klar. Ne, der war... Alter. Alter. 39, 34. Xitai. Xitai, du bist meine letzte. Nein. Komm. Oh, komm, gegen dich verlieren wir. Oh, scheiße, nein. Nein, den wir nicht. Du bist das so. Ach komm, ich hatte schon 4700 Ehre. Ich krieg zu viel Ehre. Gehen wir mal auf die Rangliste auf den Wochenehre. Komm, 17300. Komm, noch 43 Ränge und so, das schaffen wir aber nicht mehr. Also, viel mehr sind wir auch ganz weit oben. Oh, da ist es ganz knapp. Oh, komm, heute schaffen wir noch Rang 100, Alter. Sind hier zwar nichts, aber egal. Ja, auf jeden Fall. Mission fertig. Nein. Wir brauchen schwere Gegner, viele schwere Gegner muss ich noch besiegen. Ich schaff' ich heute noch Training und so. Ich muss schauen. Ich hab ausgesehen. Ich dachte, ich war fertig mit der Energie und auf einmal... Eintreiber eingetrieben. die Hösch, ich hab' die Höschelge krüßt. Oder? Noch 8 Stück. Schaffen wir noch? Schaffen wir noch... Kommen wir zur Auslösung und... Ich drücke allen die Daumen, ist auf Krawall, der hat schon gewonnen, den Fahrraskrawall. Und? Und? Wesley! Wer ist denn Wesley? Unser Berater oder nicht? Wesley, herzlichen Glückwunsch, wir schreiben dir gleich eine Mail. Der Christus. Wie kann man sich in diesem Scheiß-Game umbenennen? Oh, ich hab' nen Gutschein, ja klar hab' ich nen Gutschein, also, das ist mein Gutschein-Code. Nein, das stimmt nicht, das ist mein... nichts falscher Gutschein-Code. Komm, ich hab' nen Gutschein-Code. Ich hab' nen Gutschein-Code. Mach' Ich schwirme die Animation aus, mach' Ich guck' auf gar nicht. Nein. So, auf jeden Fall. Ja, Wesley, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Kommt schon, ihr Penner. Da ist ein Penner. Da ist ein fetter Penner. Ja. Jo, Leute, ich glaub' das war's. Ich muss noch gucken. Oh, 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 komm, platz runter. Ja, wir können ja noch ein bisschen spielenreden, was weiß ich. Ja. Ja. Jedenfalls. Hier seht ihr's. Ganz viel Werbung, ja, hier seht ihr's. Massenwerbung. Einen doch auf. Das interessiert mich nicht. Hopp. Also. Super. Es geht nicht. Auch Zahlen. Ich könnte denen auch Zahlen geben, statt ihre ganzen Namen hier aufzuschreiben. Also. Der Wesley ist aktiv. Aber. Falls der sich nie meldet. Nein. Pass aber trotzdem. Ey. Ich find das eigentlich witzig. Mystery. Mystery. Das zählt natürlich jetzt nicht. Auch wenn der Wesley sich nicht meldet, kommt Mystery nicht dran. Nur. Wer eingetreten. Also. Leute, was können wir noch so machen? Wir sind auf Platz 19. Und. Ah. Ist das ein Gast? Drei Trophäe. Nein. Haben die über... Genau. Plus 15. Leute. United of Heroes. Also. Die haben wir letztens verloren. Nein. Die haben wir verloren. Tiberium Splitter. Auf jeden Fall. Die sind da. Und. Die sind da. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen, ich wünsche euch noch frohe Weihnachtstage und wie gesagt, Wesley hat nur gewonnen, wenn er sich bei mir meldet und wenn sich, ich erwähne es nochmal, Crisis in Aktivzeit am 23.12., wenn der sich bei mir nicht meldet. Ja Leute, das war es dann und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich wünsche euch frohe Weihnachten, schöne Feiertage, ein schönes neues Jahr, aber davor kommt es sicher noch ein Video und bis zum nächsten Mal und schau noch. Ja, bis zum nächsten Mal.